Hey Leute, willkommen zurück zum Bro-Ope Halo 4 Spartan Ops mit Sonny. Endet Eridium, sage ich nur, wenn ihr es geguckt habt. Ach du Scheiße. Wie immer. Ja, hallo. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich glaube, ich muss hier. Granate. Zu viel hält das Gefühl. Meine Empfindlichkeit ist auch ultra-loch. Warte, dann machen wir das mal fix. Steuerung, Gamepad. Wobei also die Empfindlichkeit nicht, aber bis der anfängt. Ja, die Verzögerung. Aber gibt es eigentlich nicht. Es gibt noch Blickbeschleunigung. Du kannst es nicht anstellen, ob das linear oder wie auch immer das andere hieß. Ich mach es mal 4, 5. Und für die Netzkammer bestimmt. X oder was war das? X. Ja. Speichern. Kommt gut. Ah. Also du hast recht. Es hat eine gewisse Verzögerung. Derweil ist es ja nicht mal online oder irgendwas, weißt du? Oh, fuck. Was ist das? Was ist das? Was ist der Knopf oder was? Ich wollte es pinggen. Na ja, gut, okay. Wir werden das schon schaffen. Ghost. So auf Zeitpunkt der Aufnahme spielen wir zur Zeit wöchentlich zusammen, also mit... Was haben wir es gedrückt halten? Okay. Das ist auch neu, dass man gedrückt halten muss. Äh, hell da bis 2 und da ist natürlich alles ein bisschen anders. Also hier muss man schon mal nicht lang. Hm. Ich finde, ich habe das gut gescoutet. Ich sehe ihn. Wahrscheinlich hier dann Teleport oder was. Ne, wir müssen ja für links wahrscheinlich hoch. Ich sehe auch einen Ghost schon auf der Karte. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich immer noch ein bisschen... Was heißt immer noch? Ihr habt das ja nicht mitbekommen hier in dem... Äh... Ach, können die mal quatschen? Erst... Erst war ich der, der rumgehustet hat. Jetzt bin ich der. Ja, also... Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch Winter. Aber bald nicht mehr. Hoffen wir, dass wir bald mal... Ach, weißt du. Ach, noch eins, okay. Wie? Hä? Na? Ich erinnere mich an die Mission. Die war kacke. Also, man hat noch so grobe Erinnerungen an dem, wenn man das mal zu viert gespielt hat. Vor Jahren. Wo Jahrzehnten fast gefühlt. Wahrscheinlich nicht mal gefühlt. Könnte sein, dass es schon ein Jahrzehnt her ist. Noch ein Ghost? Oh Gott, ich habe jetzt gleich an Nadel werfen. Hm. Wenn ich mal irgendwie nicht getroffen würde. Sog gut aus. Ich muss hier raus. Der. Okay. Kommt doch noch einer. Nein, nein. Braucht alles ab. Noch. Ja, äh... Ich bin viel zu angespannt dafür. Meine Güte. Ein Helder ist aber nicht. Nee. Da bist du so wie... Ach, hier kommt 10.000 Bucks. Machen wir mal diesen Laser. Also das wäre ja wirklich so dieses... Wenn man das einmal drin hat, dieses bei Helder... Ne, reden wir ein bisschen über Helder, aber ist egal. Naja. Wenn man einmal das drin hat, von wegen, jetzt bleibe ich mal ruhig. Jetzt drücke ich erstmal meine Knöpfchen hier für dieses Ding. Und der Werb steht ja so im Kopf. Weg rennen kann ich immer noch so ungefähr. Auf dem Schiff. Momentan können wir sie nicht aufhalten. Ja. Als ob. Oh, Panzer. Klasse. Ähm. Ich habe auch kaum noch Muni, ehrlich gesagt. Ich habe es fallen lassen. Okay, ja. Mag uns. Naja, das ist denn hier hinten. Die Frage ist doch... Ich glaube, da ist einfach zu. Ja. Ja, aber... Ne, ist dazu zu. Gegebenenfalls geht... Ja, guck mal, könnte man auch lang. Dann machen wir das doch mal. In der Hoffnung, dass es da irgendwas andere... Natürlich auch Gegner gibt natürlich. Ja, aber... Das ist ja erstmal nicht so schlimm. Ich sehe sehr viele Grunts. Frau Jekyll, ich habe keine Granaten, aber weißt du... Ich habe ihn geschützt. Ey. Ich habe es. Kommt. Geht das mal weg ist. Okay, keine Muni mehr. Das hatte ich jetzt im Nadelwerfertyp. Ey. Ihr lebt doch. Nach einer Explosion. Du fuck. Was war denn das für eine Granate? War das nicht? Machst du eine? Ich glaube, die erste sind so... Oh shit. Aber dann dürfte doch jetzt hier links auch wieder bloß der Panzer sein. Ja, aber wir müssen ja wenigstens die Leute, die uns den Rücken fallen, killen. Haben wir mal drauf? Können wir auch nach rechts, oder? Ne, da ist nur ein Grund. Also der Panzer ist jetzt oben, wo wir hergekommen sind. Das war ein Front vor 90 Sekunden. Die Verbindung zur Dortmund ist am Eimer. Was für das? Wir unterschicken. Nicht viel, aber ein paar Sachen haben wir im Schacht. Äh, Schwerttyp. Der ist auch wieder explodiert. Und das ist ein Kartuschenflagtyp. Und danach schon, der ist wieder richtig gut platziert. Da stand ja vorher der Panzer. Ich glaube, der ist auch bestimmt noch da. Der ist hinten links, wo wir hergekommen sind am Anfang. Okay. Da ist aber auch kein Raketenwerfer und nichts. Da ist nur ein Sniper. Das bringt also... Ich weiß nicht, ob rechts, sondern rechts ist halt auch noch eine dicke Markierung. Aber ist hinter der Barriere. Von unten kommen noch ein paar kleine... Links, genau. Ja. Hunde. Und irgendwas schießt ihr auf mich was Großes. Sniper. Ja, lasse ich erstmal liegen, weil ich sterbe jetzt sicher eh gleich. Nochmal. Alter. Irgendwas Großes schießt ihr auch. Ich weiß nicht, ob es der Panzer aus uns ist. Ein Ghost fährt dort mit rum. Irgendwas. Dann Kartuschenflag vielleicht. Haha. Ja, Kartuschenflag, irgendwas von links. Das war der Ghost, äh, der kleine, glaube ich. Oh ja, den kriegt dort. Sehr gut. Noch ein kleiner bei dir irgendwo. Jede Menge Hunde links. Ja. Am Geschütz. Uiuiuiui. Komm noch ein Ghost rein. Müsst du jetzt drauf gehen. Okay. Der hatte Kartuschenflag. Noch ein kleiner. Granaten bei dem. Ja, 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 ja. Hunde. Ja. Okay. Okay. So, das müssten hier alle gewesen sein. Eigentlich klebt nur noch der Panzer. Ja. Wie gesagt, eine Sniper würde ich mir aufheben, bis der Panzer weg ist. Weil das ist vorher zu riskant. Vor allem kommen wir jetzt von unten nach oben. So, dann warte. Ähm. Wenn wir den Geschützen wegkriegen, kann ich den Carbon? Ja, ich bin... Oh, da ist er. Ich flankiere. Brauch noch ein bisschen. Kommst du ganz außen rum? Oh, da will mich, da will mich. Ich glaube, dafür bin ich zu langsam. Okay, okay, okay. Ich schieße auf mein Geschütz, okay? Ich komme nicht auf... Ja, ja, ja. Geschütz ist tot. Nein. Ist der von uns auch tot? Nein. Naja. Sag mal, wo ist er denn jetzt? Da vorn. Ja, ja. Vielleicht gehst du auf ihn. Pass auf, da soll ich nicht. Okay, jetzt gehst du auf mich. Du hast? Ja. Schön. Warte, hier gibt es auch noch was, was man kaputt machen kann. Es sind dann wieder zwei Wege. Wir könnten sonst auch von unten in das Gebiet rein. Ich geh lieber von oben, muss ich sagen. Also ich glaube, das haben wir dann aber soweit gecleared. Weil das waren die Hunde, die runtergelaufen sind. Ja. Ein Portal dann. Jetzt haben wir ganz unten noch. Ja, das ist dann, wo wir durch müssen. Ich hole jetzt doch das Sniper noch fix. Was hast du, DMA oder? Äh, Karabiner. Ich habe überlegt, dass ich abwerfen habe. Sniper. Wir hätten ein Geschütz, wo man sich draufsetzen kann. Du kannst mal das Ding aufmachen und ich versuche von hier oben. sehr, schon einen ersten. Großen, da ist auch ein Beobachter, zwei Springer. Und jede Menge Hunde. Ich suche den Beobachter gleich mal aus. Einfach Moni sparen. Das dauert eine ganze Weile, was der weg ist. Also nicht zu früh schießen. Erst wenn es rot ist. Wieso treffe ich den nicht? Das war eine ganz schöne Sniperverschwendung. Ich habe nicht gezählt. Kommt irgendwie Verstärkung bei denen? Das sieht aber eher aus wie nach hinten geportet. Ja, ich habe extra geguckt, dass er nicht hinter dir kommt. Also das Ding hier ist ja auch eher uninteressant, was Schaden angeht. Aber ich kann nun endlich schießen, ohne dass es überhitzt. Das gefällt mir. Direkt bei dir. Sehr schön. Ja, die fressen halt ziemlich viel, bevor die irgendwas machen. Auch wenn du das Schild ein bisschen weg machst. Teleportieren die sich halt gerne auch einfach helfen muss. Wie lange ich halt schon alleine für so einen Hund brauche. Äh, Entschuldigung. Ach ja, Verstärkung. Da habe ich mir viel. Aber nochmal Sniper dabei. Und die beste Waffe ever. Sturmgewehr. Not. Jetzt halt mal die Klappe, wirklich. Mantis muss hier irgendwo rumstehen. Ja. Kann ja sein. Ähm. Ich probiere trotzdem mal. Oh shit. Durch den Typ? Ne, das ist das große Ding, oder? Ja, ne, ne, ne. Kartusche unten links. Ich mach erstmal Deckungsfeuer nur auf den kleinen. Tja, genau wenn ich aufhöre und schieße, kommt der mit seinen Granaten um die Ecke. Du musst kurz nachladen. Ja, ja, ja. Alles gut. Alles gut. Mein Schild ist wieder voll da. So, links um die Ecke. Kein Winkel. Ja, du kannst jetzt mal rauskommen, denke ich. Ich wollte eigentlich hier drauf bleiben und auf das Ding schießen. Ja, aber doch. Oh scheiße, wir müssen den verteidigen. Ja, eben. Oh, kacke. Wo muss hier ein Mantis stehen? Da links. Nimmst du? Ich kann den. Mach, 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 mach. Ja, mach. Ja, aber der hält relativ gut aus. Das eine ist uns, der andere ist Feind. Achso, kleine unten noch. Ja, kannst du die kleinen? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, durch. Wo, 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 wo? Was ist mit dir? Okay. Okay, ich mach ja mal auf. Ja, ja, ja. Ja, der hat, der ist gleich tot. Da ist ein Portal, kommen Leute. Sieht nicht mal so gut aus. Müsste gleich explodieren, der Typ. Ja. Hinter uns? Ach, kaka. Nicht, nicht in einem Mantis von einem Nadelwerfer sterben. Ja. Schick den letzten los. Ja, genau. Am besten landest du immer mit dem scheiß Nachschub, oder was? Noch mehr Granaten. Er sollt mich Splittergranaten brauchen, wirklich. Kampfgewehr und so. Oua, auua, auua. Kartuschenflag. Direkt vor mir. Granatentyp, ja. Okay, der ist. Hast du es gesehen? Ja, ja. Der wollte auch ein Springer sein, oder was? Das Spiel hat allgemein ganz schöne Probleme, gerade mit Vor- und Nachladen, ne? Ich hatte das vor uns auch, dass ein Grund einfach irgendwo gelandet ist. Hinter dir ein Grund mit Kartuschenflag. Der war so in uns drin. Ich glaube von hinten kann es sein. Ja, zwei noch. Kannst du die von hinten nehmen? Ja, ja. Ich muss gerade noch regenerieren. Ah, scheiße. Also siehst du mal, ich hätte den gar nicht unendlich verteidigen müssen. Wie? Müssen wir? Oh, deswegen war das so scheiße. Ich erinnere mich. Okay. Here we go again. Okay, also da müssen wir dann ganz schön Druck machen. Dann schnell sein, ja. So ein Bullshit. Aber so viel, was hat denn der gefressen? So viel war doch da gar nicht. Naja, danach noch weiß ich halt nicht. Nein, nein, kein Zeug. Der Phantom war weg, der Große. Das erste Mal, dass er Mission fehlschlagen kann. Kommt sonst noch ein zweiter oder so? Ne, das war keine große Markierung. Das ist keine Übung. Was war das? Das finde ich ganz schön ein Leben. Vor allem, weil es auch nicht skaliert. Wenn du zu zweit bist, musst du trotzdem alle killen. Das wird spaßig. Naja, dann ist ja alleine eher noch bescheuerter. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich so alleine auf Legendärmer schaffen soll. Ja. Einfach machen. Achso. Guck, dass du wegkommst. Ich könnte noch sowas wie Fahrer reinnehmen, dass ich mehr Leben habe, aber... Kann ich da ausmachen? Ja. Ja. Das ist aber auch noch eins. Okay, über mir aber auch. Ja. Ach, kacke. Gab es da mehrere? Ne, ne, gab es nur einen? So richtig gesehen. Ja. Oh, schön. Der Decke sitzt auf dem Geschütz. Oh, schön, der Decke sitzt auf dem Geschütz. Hopp. Das habe ich gerade überlebt nur. Sag der. Ja. Oh, schön, der Decke sitzt auf dem Geschütz. Und wurde nochmal von Grimes getroffen. Hm. Ich habe auch nichts für Physik oder so, halten die nicht so viel für und haben die abgewählt, glaube ich. Bitte? Soll das so sein? Bestimmt. Sprich dagegen. Ich glaube ich. Ich habe Kartuschenflag. Mhm. Hör doch auf den anzuvisieren, du Idiot. Mann. Das Problem war, die Leute haben Geschütz bei dir auch. Ich will dort wegboosten und er hängt so krass an dem dran. Ja, klasse. Und jetzt sitzt er da wieder drauf, ey. Was bescheuert. Mach das gleich nochmal. Hey. Von hinten, also so rechts. Keine Geraden. Aua, aua, aua. Oh, oh. Schwer Typ. Ziemlich aggro. Jawohl. Hat sich nochmal anders überlegt. Ha, 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 ha. Der wollte ein Schedules. Klar. Bist du da an einem Ghost, aber ist noch ein Grunt theoretisch? Ja. Okay. Kommt zurück. Ha, die haben sich gegenseitig getötet. Ich habe nur noch Kartuschenflag. Und ein Schwert. Ha, ha. Das wurde da gleich so Pans um die Ecke, oder? Ja. Roland, Lagerbericht zu den Eindringlingen. Überall Prometheane auf dem Schild. Momentan können wir sie nicht aufmachen. Schön. Scheiße. Schießt. Er wird nicht ausreichen, aber... Wenigstens für den Schützen. Komm schon. Okay. Ich habe nur noch... Schütze ist... Ich habe nur noch Schwert. Jo. Alles okay. Ähm... Oh. Hab ihn noch. Ups. Ist der Schütze schon weg? Ne. Schütze habe ich. Okay. Dann könnte man wieder rechts rum suchen. Ja. Das ist zu viel Kruppzeug, ja. Jaja. Hier am Anfang geht es ja noch, aber dann, wenn wir den Dings haben... Ja, vor allem jetzt gibt es keine Kontrollpunkte oder irgendwas. Das ist ein bisschen ätzend. Weißt du? Du hast halt null Chance sagen, okay, ich probiere es nochmal, nochmal, nochmal. Du musst immer wieder von vorne anfangen. Ja. Das würde ich jetzt mal kurz negativ hervorheben hier. Weiß nicht. Also, ich muss tatsächlich sagen, ich finde das sehr interessant, dass es überhaupt möglich ist, dass eine Mission fehlschlägt. Das hat man bisher noch nicht. Also, bisher gab es immer einen Failsafe, dass sie dann halt alle tot waren. Woah! Das dann halt immer hieß, ja, sie haben keinen gerettet und so, ja. Ach so, ja. Ja, stimmt. Wie bei den Wissenschaftlern, sie sind alle tot! Was denkst du? Äh, ich habe gar keine Muni. Danke sehr. Dann nimmst du dir was? Ja. Ich bin jetzt aber rein da. Kommen Sie an Crimson Standort ran? Sie müssen noch weiter den Hügel runter spoten. Gehört Crimson. Ein paar Lieden. Sind Sie online? Roland, bin nur zu Dorten ist im Eimer. Was für Nachschub können wir darunter schicken? Nicht viel, aber ein paar Sachen haben wir im Schacht. Ich schick sie mal zu Crimson. Ich sehe links den Panzer dann übrigens. Ich habe kein Schild mehr. Ich nehme mir die Ma... Aua! So lange wir jetzt noch nicht verteidigen müssen. Erst wenn wir den unten kaputt machen. Also wir haben noch Zeit. So. Ist der gerade... Ach, er ist ein Ghost jetzt. Ich verarschen. Er ist ein Ghost vor dem Panzer und Grunts. Der ist diesmal da runter gegangen. Du hast ja schon ein bisschen was gefressen. Das hältst du nur noch von zwei Granaten unter dir. Nicht viel, okay? Das Problem ist der Ghost links. Dann kriege ich... So kann ich den Panzer nicht kriegen. Ja, ich habe jetzt erstmal noch... Okay. Ich bin... Ich wurde in Luft aufgelöst. Und die spawnt ihr auch direkt. Also irgendwas... Halt mit dieser Mission nicht ganz hin, wenn du mich fragst. Ha, genau. Interessiert dich das einfach nicht. Okay. Also müsste eigentlich gleich auseinanderfallen. Er leuchtet schon rot. Ist er wieder leuchtet? Ja, ich... Kann nicht gucken. Der sollte gleich herbexplodieren. Okay, vorher nimmt er mich nochmal mit. Ist schlecht. Also du leuchtest rot. Danke. Aber jetzt habe ich mir oben das Sniper. Die Frage ist, ob ich gleich mit runter gehe. Aber dann wäre ich auch noch angeschossen. Bin mir nicht sicher. Also was gut war, von oben noch DMA für die Beobachter. Also DMA ist quasi leer. Hier liegt noch eins. Ah ne, Kampfgewehr. Gut. Dann kein DMA für die Beobachter. Ähm. Wir kriegen ja den Nachschub nochmal da unten. Mhm. Das ist die Frage. Also mit dem Geschütz stehen, das hat zu wenig Bumm gemacht. Ja, ja, ja. Vielleicht nimmst du dir dann auch einen Sniper. Gibt es ein zweites? Ja, hier landet ja dann noch eins. Ach so. Ja, ja, ja. Wenn du das dann nimmst, um die Großen wegzunehmen. Und dass wir dann zeitnah den Bereich da clearen, dass ich dann den Mantis mir schnell schlappe. Ich habe halt wieder keine Zweitwaffe. Was hast du noch? Ja, das ist so. Ah, hier unten. Guck. Ja, nice. 100. Ähm. Genau, dass man jetzt möglichst zeitnah die Beobachter und eigentlich alles rausfischen. Dass man halt wirklich schnell zu diesem Mantis kommt. Und dann gibt es dann halt auch rein da, denn sie wird ja... Ich hab was gefunden. Erste Aktion. Erstmal weg Teleportieren. Links hat sich leider gepisst. Beobachter weg. Noch einer da. Zwei. Einer. Den vorn habe ich. Noch einen Beobachter hinten raus. Komm schon. Ja, vorn habe ich. Ja, vorn habe ich. Okay. Ich möchte die großen ausschalten, dann hole ich mir schnell den... Schick sie los. Schick sie los. Crimson. Schick sie hier. Okay. Okay, ich höre mir jetzt den Mantis jetzt. Naja. Ist schon wieder halb tot, oder? Ich versuche mal links rum zu gehen. Äh, reicht... Genau. Tötet mich am besten, bevor ich in den Scheiß-Dings einsteige oder was? Okay. Danke. Ich gehe hier mal... Also der hat jetzt auf jeden Fall deutlich mehr gefressen als vorher schon. Ich habe einen ganz guten Winkel vor den großen. Sie düst aus. Sie haben Verluste auf allen Decks. Und sie krämsen so schnell wie möglich zurück. Auf den dicken, glaube ich. Ja. Okay, und jetzt noch einen. Rein, 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 rein. Ich laufe links an hier vorbei. Einfach hier... Links ein Haufen kleiner. Ist weg hinter uns. Ja, ich muss... Nur noch hinter uns. Die Prometeaner fehlen aber. Ich glaube, die sind tot. Wo ist der Typ? Ich sehe ihn nicht. Wie viel Leben er noch hat. Eigentlich kann er nichts fressen. Noch vorne bei dir. Ich kümmere mich um die hinten. Beobachter. Jede Menge Beobachter. Shit. Ich weiß ja gar nicht viel. Hm, ich habe auch keine Präzisionswaffe mehr. Hinten noch Kartuschenflag. Ich sterbe halt, alter. Noch ein Beobachter. Zwei. Ja. Spawne direkt in dir. Hat der Kartuschenflag hinten? Irgendeiner hat Kartuschenflag. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den getroffen habe. Alter. Das sind die Kartuschenflagklein. Der Rest ist okay. Ich hatte jetzt immer die ganze Zeit ein ganz schönes Muni-Problem, was ich vorhin nicht hatte. Und der hat ja direkt am Anfang die Hälfte schon gefressen, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstanden habe. Ja, also das war vorhin besser. Und das Problem sind die Kartuschenflag. Der Rest, also die Beobachter habe ich direkt gefischt, wie sie kamen. Und die Prometianer, die Läufer schießen nicht hoch. Das machen eigentlich nur die Kartuschenflag-Dudes. Das ist ganz schöner Sackgang. Diesmal haben wir uns der Taktiker schon angepasst. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich noch mehr Balls to the World machen soll. Also, das war jetzt schon übelst grenzwertig, dass ich nicht schon eher drauf gegangen bin. Kommander Parma an alle Spartan-Feuer-Teams. Die Infinity wurde geändert. Wer immer das hören kann, kehren sie zur Infinity-Zone, um bei der Verteidigung zu helfen. Parma Ende. Primson, ich breche ihren Einsatz ab und hole sie heim. Schade. Ich wollte es probieren. Haben wir gesehen, was du machst? Ja. Mit einem Schwert-Typ boxen. Das musst du mit Wilierski machen, damit der Shot kann. Oh. Schön. Links ist auch einfach weggegangen. Ja, das sind diesmal alle einfach die Sporen, ohne dass wir was machen mussten. Das ist eine gute Idee. Links steht auch ein Elite am Geschütz. sitzt. Oder steht. hockt. Granate bei dir. Hoffne. Ja. Kartuschenflag von rechts. Das hier ist auf jeden Fall nicht mein Level, ey. Nee, ich hab, ich hab, ich hab auch grad ein bisschen die Motivation, ich muss sagen. Es ist ein bisschen... Ja, okay, mal wieder den. Das ist ein großer mit Kartuschenflag, ich verstehe. Wer sich lieber ans Geschütz setzt. Okay, ich sterbe gleich. Puh, leck. Kann doch wieder aufhören, der Ton, bitte. Granate kommt irgendwie? Ja, direkt in. Ja, brauche ich mich auch nicht mehr bewegen. Hm. Ich überlege, hier kann man noch irgendwelche anderen Support-Dinger mitnehmen, die ein mehr bringen. Halt, wenn man Fahrrad hält dann das Fahrzeug mehr aus. Na, nur, dass du nicht stirbst. Ich glaube, und die haben mehr Leben. Dafür halte ich meine Hand nicht und zwar? Auf jeden Fall ist Fahrrad keine schlechte Entscheidung. Egal, mir muss Zeit und Wendet. Würde ich sagen. Das stimmt. Wenn du dich dann da reinsetzt. Mensch. Wooex! Ssh! Oh. Geh... ein Passwort sagen, hier. Ende der Radio. Ja, genau, also. Elite hat nicht mal viel. Ja, hier war auch ein Elite drauf. Meinen habe ich. Bei dem anderen kannst du auch auf den Ghost schießen. Ja. Er hat sich gerade neue Wälder dann an. Ja, wie gesagt, die halten nicht viel von Physik. Die springen mehrfach einfach so rum. Rechts von dir ist da eine Elite. Mhm. Dann habe ich natürlich nicht die Kartuschenwacke gesichert, wie das letzte Mal. Ach, Gaming is so much, Fabi. Hallo. Also ich weiß wirklich nicht, wie man das irgendwie schlau lösen soll. Get good oder so, keine Ahnung. Ja, anscheinend. Ja, genau, wirfst die auf mich. Tank. So, Tank. Fett. Diesmal so ist einfach gleich. Ich seh den Schützen nicht. Ist er noch angekauft? Er ist tot, er ist tot. Ach so. So. Du hast es, Bro. Ich bin. Box ihn. Ach so, er hat eine Granate. Ja, okay, 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 okay. Ghost. Ja, okay, diesmal haben wir das wenigstens schneller geklärt, ja. Hauptsache, ich gewinne das 1v1 gegen einen Panzer und werde dann irgendwie von einem kleinen Ghost weggeholt. Ja, klar. Aber sinnlos. Hier. Nimm hin. Oh, Nasho. Hallo. So. Das schmeckt. So. Ja, Schwertypen könnt ihr mit 1000 schicken, ist mir egal. Oh, das ist ja der Einsatzzentrale. Verstanden, Ronald. Ich hab meine Seitenwaffe parat. Seidarm. Das heißt doch nicht Seitenwaffe im Deutschen, oder? Ja. Das heißt doch Nebenwaffe oder irgendwas. Ja. Sekundärwaffe. Ja, irgendwie sowas. Oder nicht Seitenwaffe. Das ist ja noch nicht bei Seitenwaffen. Bergsteiger Müsli von Seitenwaffen. Seitenwacher, Bergsteiger Das ist einfach zu gut Ja gut Wenigstens lief das mal ein bisschen Flüssiger, wenn ich hier mal Hallo Wieder hochkommen kann Und ich hab trotzdem noch keinen Plan, wie wir es machen Äh, so richtig Ich bin jetzt nicht nochmal gestorben Für Fahrer, vielleicht töbst du mich nochmal fix Bevor ich das neu übernehme Es gibt kein Es gibt kein Achso Ähm Gut Jetzt haben wir noch das Sniper Auch immer das Licht Das ist mal hier hinten, ne? Weil wir andersher gegangen sind Aber ich hab weniger Muni-Sniper Jetzt weil ich keinen Muni-Bonus mehr drin hab Aber ist egal Muss irgendwie so gehen Das wird so reutig Ich sag's dir Ich bin mir nicht sicher Hier lebt noch was Hier lebt noch was Und? Ja 200 Gut Willst du den Ghost nehmen und dorthin fahren? Warum ist das schon direkt weg? Alles despawnt hier vorher mit dem Hier sind die Koordinaten, bei denen ich euer Geschenk abwerfe Schafft euch darüber Den hast du gut erwischt Ist er da hängen geblieben? Viel Spaß damit Ja, was auch immer 100 Beobachter Nur noch 900 Genau Ich komme nicht ran, da ist ein Okay, da war ein Typ Komm schon, du hast doch kein Schild mehr Stürb Danke Ich geh und hol den Großen Er hat diesmal gar keine Markierung der Große Ist tot Okay Oh shit Oh god Jetzt geht er hier den Lift hoch Das ist noch nicht deine Angst Das ist immer das Beste Also alles, was irgendwie eine Kartuschenflagge hat, muss Sofort Ja, ja Irgendwas schießt ihr auf mich? Ich bin ganz weit hinten Das ist besser, wenn du bis zu näher kommst Ja Komm hier nicht raus Okay, also Also ich denke Was den Phantom anschießt Sind Grunts mit Kartuschenflagge Die Hier zu den Hügelhunder kommen Und eventuell Beobachter Das sind die einzigen, die ich mir vorstellen kann Die Gegen Luft agieren Ist doch Wo die hier hinten die ganze Zeit spawnen so vereinzelt Jetzt können die Beobachter Die spawnen einfach direkt vor mir Ja Lächerlich Kartuschenflagge links Rosa Oh god Ich will die nicht Scheiße Ich war doch Fahrer Warum Egal Oh ja Moin Okay, da hat eine Kartuschenflagge Komm, komm, komm Hast du lange warten Hinten noch ein Ghost Er hat eigentlich volle Ja, ja Aber nicht beschreiben Auch die kleinen schießen jetzt hoch Kartuschenflagge rechts Großer mit Kartuschenflagge Bei mir Geben gestorben Komm schon Sehr schön, sehr schön, sehr schön Okay, die Beobachter schießen auch nach oben Wie gesagt Ja, ja Alles schießt nach oben Schießt auf uns Schießt auf uns Schwertyp Ja Wieder in uns Beobachter Und Das ist so dumm Kann auch wirklich gucken, dass die versuchen auf uns zu schießen Lieber Okay, der wird beschossen Oh Junge, ey Ihr seid so kacke Ihr seid so kacke Ja, das schreibt es nicht mehr ansatzweise Wieser Wieser wohns Wieser wohns Wieser wohns Wir sind hier Wiesern hier Hello, hallo Vor allem der schießt halt auch nicht. Also, unserer. Jetzt zum Kotzen. Du schreit es nicht mal, Alter. Keiner tot. Noch drei für das Leben. Der kaputtiert sich natürlich hinter mir, ja? Geh, jetzt schießt du doch mal. Ach doch, da schießt auch, Mensch. Kommt schon, kommt schon. Au. Stört, kommt dafür. Okay. Da fresse ich halt noch mal, der frisst nicht. Ein Roter Punkt. Alter, das ist ja nur Glück. Ganz schön zum Abgewöhnen. Ja, das ist vor allem aber nur Glück, wie viel der frisst. Bei dem einen Versuch war er halbtot, bevor wir angefangen haben. Bevor es losgeht. Und jetzt hat er ja noch voll Leben bis zum Schluss. Und es hat auch bei dem anderen Phantom das Leben nicht angezeigt und nichts. Also, was ne Jauchen müssen, wirklich. Wo geht's denn hier rein? Da. An der Stelle, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüssi. Wie schlecht, wenn Sie hier sein. Ich flieg die Mülle so schnell, es geht, Spartan. Wir können nur noch schneller, wenn Crimson aussteigt und anschiebt.